Jetzt geht's rund hier. Zack, zack, zack. Wisst ihr noch, am ersten Tag... Am ersten Tag sag ich schon, im ersten Video meine ich. Das war vor zwei Stunden. Vor zwei Stunden bin ich hier fast gegen den Baum gefahren, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass ich auf dem Motorrad bin. Aber jetzt geht es, Alter, jetzt ist es geil. Guck mal, wie man brettern kann. Wie man brettern kann. Alter, einfach mit 40 kmh hier locker. Man könnte auch schneller fahren, aber das will ich hier nicht ausreizen. So, in die Kurve habe ich ein bisschen Angst noch, weil dieses Ding... Ja, ihr wisst ja, man hört ja so Quatsch überschlagen sich und so. Hey, das macht so Bock, das macht so Bock. Bruder, es geht das ab. Zack, die Junge ohne Guide. Ohne Guide habe ich das ja alles hinbekommen. Manche Menschen brauchen drei Jahre dafür, um so Quatt fahren zu können. Guck mal hier. Ich habe es ja total unterschätzt. Man kann hier locker durchberettern. Locker. Digga, ohne Probleme kann man hier... Boah, wieder locker. Was ist das? Digga, Mutter mit Kinderwagen. Mitten in der Pampa. Die geht einfach spazieren. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Langsam, ganz langsam. Nicht, dass ich dich hier überfahre noch, Alter. Ihr habt bestimmt in den Kommentaren gepostet, bei meinem ersten Video, dass ich wie ein Keck gefahren bin. Aber ich musste mich ran tasten, Alter. Guck mal jetzt. Jetzt geht es ober easy. Oh, 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 oh. Mensch, 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 Mensch. Bruder, Bruder. Bruder, ist das geil. Das macht so Bock. Ich überlege tatsächlich, Alter, wenn YouTube oder beziehungsweise wenn diese Klicks jetzt von diesem Quad und Bosnien und alles drum und dran gut Klicks macht. Ich komme wieder hierher. Ich kaufe mir so ein Ding, Alter. Oder ich kaufe mir Enduro. Oh, oh. Enduro ist auch... Ich glaube, Enduro ist sogar besser und macht mehr Bock. Aber Quad, mit dem Quad kommst du auf jeden Fall leichter voran. Du brauchst nicht so viel Skills. Ich bin ja auch Enduro mal gefahren. Nicht lange, nicht viel, aber Enduro ist viel, viel anspruchsvoller. Hier setzt du dich einfach drauf und musst eigentlich noch Gas geben. Das Ding macht alles von alleine. Quasi. Digga. So, und dann fahren wir mal wieder ganz geschmeidig hier nach links. Ja, 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 ja. Nach links. Zack. Bro, ist der Tank eigentlich noch voll? Tank ist diese gut. So, hier geht es ein bisschen steil nach unten, aber das packt ja alles. Das ist gar kein Problem. Man kann quasi auch so machen. Zack. Kein Problem. Bruder, das ist alles easy. Kann ich auch so machen? Hier. Checker. Einfach hier rein. Locker. Der mäht alles um. Oder hier hoch jetzt. Einfach hier hoch. Ganz easy. Zack. Alter. So easy war das jetzt nicht. Aua, meine Eier. So easy war das jetzt nicht. Aber es ging. Es geht. Bro, morgen Muskelkater des Todes. Ich sag's euch. Aber nur linke Seite, weil mit rechts bin ich ja jeden Tag am Wichsen hier. Irgendwo muss ja der Druck rausgelassen werden. Okay, Alter. Seht ihr? Ich bin schon viel, viel besser geworden. Natürlich werden jetzt hier irgendwelche Quad-Profis kommen und wieder in die Kommentare irgendwas reinposten. Alter, du fährst wie eine Pussy. Aber halt mal deine Schnauze, Alter. Das ist mein erster Tag. Quatt. Oh, geil. Oh, geil. Hier kommt gute Strecke, gute Strecke, gute Strecke. Oh, gute Strecke, gute Strecke. Oh, hier. Oh, das war ein Ast. Oh, geil. Oh, wie man brettern kann. Das ist nicht normal. Oh. Boah. Da, Digga. Das Ding. Das Ding mäht alles um. Ich bin so kaputt. So, wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Wir fahren weiter. Jetzt bin ich auch viel schneller hier. Natürlich bin ich schneller hier, weil ich auch schneller fahre. Ich. Du warst gek. Okay, hier langsam. Friedhof. Bisschen Blürespekt. Da werden wir auch mal landen, Leute. Also nicht hier. Also vielleicht doch ich schon. Vielleicht ist die Verrecke da hinten und dann lande ich doch hier. Aber irgendwann mal sind wir alle unterm Boden. So ist das. Und deswegen, Leute. Kurzer Real Talk an der Stelle. Genießt euer Drecksleben. Macht euch nicht so viele Gedanken. Und wenn ihr ein Ziel habt, ein Traum, dann verfolgt. Was war das? Guter. Ich mache hier Real Talk. Hier piepst irgendwas. Ist meine Kamera aus oder was? Scheiß drauf. Ja, Leute. Was soll ich euch sagen, Alter? Real Talk. Genießt euer Leben. Macht was aus eurem Leben. Ihr seht ja, wohin ich es geschafft habe. Du dreckiger Hund. Vor sechs Monaten habe ich einfach angefangen mit dieser Scheiße hier auf YouTube. Und jetzt bin ich im Bosnien-Fack. Watt und kann mir das alles hier leisten. Vor sechs Monaten noch undenkbar. Natürlich kann das alles vorbei sein. Morgen schon. Wenn ihr meine Videos nicht mehr feiert, ist morgen alles schon vorbei. Aber egal. Digga. Wenn ich mir jeden Tag Gedanken machen würde um meine Zukunft, dann würde ich wie jeder andere, wie 99% der Leute da draußen leben und das Leben gar nicht genießen können, weil die meisten machen sich viel zu viele Sorgen um die Zukunft. Aber im Endeffekt kannst du eh nur machen und alles andere liegt nicht in deiner Hand. So lebe ich. Ich mache jeden Tag, Bruder. Ich gebe jeden Tag Gas. 600%, Junge. Jeden Tag ein Video. Und was kommt, das kommt. Und bis jetzt ist Gute gekommen. Ich glaube fest daran, Alter, dass das jeder kann. Und ihr braucht auch keinen irgendeinen Business-Coachs, Alter. Das braucht ihr auch nicht. Das braucht kein Mensch. Ihr müsst eure Eier in die Hand nehmen und einfach nach vorne marschieren. Durch die Wand. Einfach machen. So, genug Real Talk jetzt. Wir brauchen jetzt wieder hier Gelände. Gelände, Gelände, Gelände. Ende Gelände. Wo ist hier Gelände? Hier ist Ende Gelände. Ach du Scheiße. Hunde. Bruder, was macht ihr hier? Was? Ist alles okay? Verpisst euch mal. Aber ganz schnell, ihr kleinen Hunde hier. Ich habe nur eine große Klappe, weil ich auf dem Quad sitze. Wenn ich hier zu Fuß unterwegs werde, ich wäre ganz leise. Wenn die sechs auf mich stürmen, bin ich schneller tot als der toteste Tote. Macht das Bock jetzt? Oh, da kann man auch langen. Oh, ein Fluss. Geil. Das Geile ist jetzt auch hier, wenn man Bock hat, kann man einfach hier reinspringen. Einfach so. Das juckt niemanden. Wenn ich jetzt hier Bock hätte, Bruder, wieder hier raus. Dampft, Alter. Warte mal kurz. Jetzt muss ich mir mal ein bisschen Soundcheck. Ja, Fluss. Kannst du reinspringen. Kostet nichts. Auch geil. Oh, wo geht es denn hier lang? Bruder. Oh, shit, Alter. Das wird jetzt hier ein bisschen anspruchsvoller, das Gelände. Ah, guck mal hier. Zum Glück habe ich Helm an. Boah. 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 Alter, ist das geil. Boah. Manchmal macht mein Kopf so kurz klick und dann denke ich, ich werde wieder auf dem Motorrad und fahre wieder fast gegen den Baum. Boah, guck mal, wie das hier aussieht. Bro, das sind Ferienhäuser hier. Das sind hier Ferienhäuser. Junge, das ist, ich bin hier irgendwo, geht es da überhaupt weiter? Bruder, da geht es nicht mal weiter. Digger. Oh, doch. Ach, du Scheiße. Oh, bro. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier gelandet? Verdammte Scheiße. Da brennt es. Zum Glück habe ich keine kurze Hose angezogen. Ich wusste warum. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, yeah. Brr, 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 brr. Boah, Alter, ist das hier ein Paradies, Junge. Boom. Boah. Boah, Digga. Oh, oh, oh. Oh, brr, 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 brr. Jetzt stellt euch mal vor, einfach mit einer Enduro hier langbrettern. Das ist der Traum jedes Afters. Okay, hier geht es weiter. Oh, langsam, langsam, langsam. Brudi, langsam. Ganz lang. Oh, oh. Ich habe Angst. Ich habe Angst. Oh, der schafft das. Der schafft das locker. Oh, boah, Alter, wo bin ich? Hey, das geht hier alles weiter. Die ganze Zeit. Hier, guck mal. Oh, schön. Ah, nee, das ist Ziegelsteine. Ich dachte, das wäre Müll. Also im ersten Augenblick habe ich erst einmal gedacht, das wäre Müll. Digga, einfach hier reinfahren. Bruder, scheiß drauf. Einfach hier rein. Rein in die Möhre. Boah. Brrrr, so, 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 so. Oh, oh. Oh. Hm, duftet das. Hm, hm, hm. Bisschen Scheiße liegt hier. Hm, lecker. Oh, oh. Oh, Digga. Oh, nein, 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 ich falle. Oh, man denkt immer, man fällt, aber das geht locker. Bro, wo geht es hier lang, Alter? Wo bin ich hier? Ich bin am Ende der Welt. Wenn ich jetzt hier stehen bleibe, ich bin ge-ge-ge-ge-gekickt. So, Alter, komm, wir fahren da lang. Ich muss aber Rückwärtsgang einmachen, reinmachen, so. So, und los geht es, weiter geht es. Boah, das ist aber hier eine krasse Grube, Alter. Gib mal mal so. Boah, komm schon, kämpf nicht durch, du dreckiges Quad. Ach, so. Oh, Bro, Alter, Bro. Das geht immer tiefer und tiefer. Wo bin ich hier? Ich glaube, das wird jetzt Zeit, umzudrehen. Erstmal hier nochmal Vollgas. Ah, und Vollbremsung. Oh, Digga. Oh, mein Gott. Die Vollbremsung ist keine gute Idee. Oh, ja, Ratzika. Warte mal kurz, ich bleib mal hier kurz stehen. Und beende dieses Drecks-Video für euch. Ich mach das Ding erstmal nicht aus, aber dann piepst das. Achso, ich muss, äh, yo, Leute. Ich bin hier mitten im After. Wirklich, ich bin mitten im After. Hier ist hier niemand und ich blinke immer noch. Digga, den ganzen dreckigen Vlog blinke ich schon. Die ganze Zeit, seit ich dieses Ding gemietet habe. Was ist ein Sound? Kann man fest ein Sound? Warte mal, kurz nochmal Soundcheck. Hier gibt es keine Gesetze, Alter. Das ist Euro 1. Ja, Leute. Dann war es das hier mit diesem Drecks-Vlog. Vielleicht mache ich jetzt noch einen Vlog, wie ich zurückfahre. Mal sehen, wie das ankommt. Ich mache auf jeden Fall ein Video, wie ich zurückfahre. Und wenn es gut ankommt, dann droppe ich das auch noch. Scheiß drauf. Wenn es nicht gut ankommt, dann stecke ich mir die SD-Karte in meinen After rein. Und scheiße, die größte Kackwurst meines Lebens raus. Jo, das war's. Ich hoffe, euch hat es nicht gefallen. Geht jetzt noch eine Runde scheißen, obwohl ihr schon scheißen wart. Und lasst mich einfach in Ruhe. Fuckt mich nicht ab.